Am Dienstag war Schulausflug und Mila und Tim besuchten mit ihrer Klasse den Zoo. Am nächsten Tag sollten sie ihr schönstes Zoo-Erlebnis in der Schule aufschreiben. Mila schrieb folgendes in ihr Heft. Gestern waren wir mit der Klasse im Zoo. Wir fuhren mit dem Zug und sangen vor lauter Freude Lieder. Meine Lieblingstiere sind die Affen. Die schwingen immer so lustig an den Bäumen. Tim wollte aber unbedingt zuerst die Elefanten anschauen. Jonas und Lara kamen auch mit und wir liefen an den Tigern und Giraffen vorbei. Als wir bei den Elefanten waren, war gerade Fütterungszeit. Ein Elefant trank einen großen Schluck Wasser mit dem Rüssel, aber anstatt er ihn runterschluckte, prustete er das Wasser voll in die Besucher. Ich bekam Angst und versteckte mich schnell hinter Tim, der total nass wurde. Zum Glück war es warm und er lachte laut. Jonas aber fiel vor lauter Schreck in die Rosen am Wegrand. Schnell zog Lara ihn hoch und wir rannten davon. Diese sind die Schreck- und Rüssel. Das Herz- und Rüssel ist ein richtiges顯izermis. ôn Der der Herz- und Rüssel.